Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie 100% nach der Behandlung sehen, ist sehr groß. Diese hängt natürlich auch von Ihrer ursprünglichen Sehstärke ab. Nicht nur von den Diopetrienwerten, sondern von dem Sehvermögen. Es kann sein, dass es zu kleinen Abweichungen kommt. Das ist ganz normal, aufgrund von der Wundheilung. Aber wenn die Abweichung zu groß sein sollte, es gibt immer oder fast immer die Option einer Nachkabaktur. Das heißt, nach einer abgeschlossenen Behandlung sollten Sie auf jeden Fall das volle Sehvermögen haben. Das heißt, das Sehvermögen, das Sie sollten so gut sehen, wie Sie vorher mit Brillen oder mit Kontaktlinsen gesehen haben.